So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch, diesmal nicht am Donnerstag, sondern am Mittwoch. Heute ganz spezieller Tag, denn heute wird der dicke Isso aufschlagen, über Ostern da sein. Wer den nicht kennt, der wird wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen, wenn Videos erscheinen, den kennenlernen. Wir werden natürlich auch ein paar Raids machen wollen und so weiter. Grillen ist angesagt, Bier trinken, alles was man halt so macht. Und wir haben jetzt wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch natürlich wieder der Schocker der Woche. Und die Woche hat angefangen mit typisch Andy, den sieht man nämlich hier, steht immer noch ich neu, sehr zur Verwirrung. Der hat nämlich noch kein Cognodon gehabt und ich habe ihm dann ein Rameidon getauscht, das war bei ihm neuer Pokédex-Eintrag, Spezialtausch. Er hat es deswegen dann Ramondon genannt, weil ich heiße ja Ramon und jetzt hat er sein Rameidon Ramondon genannt. Lustig ist, kurz danach, nachdem er also den Eintrag hatte, hat er auch ein Cognodon gefangen in freier Wildbahn. Er hat bisher noch kein einziges gesehen gehabt, kaum hat er die Entwicklung in der Tasche, kriegt er auch die Vorstufe davon. Sehr komischer Zufall, aber so war das halt. Was habe ich dafür bekommen? Ich glaube ein Shiny Taubsi hat er abgegeben, weil das braucht er nicht, das ist für ihn Mist. Hat er mir das, habe ich ihm das gegeben, fairer Tausch finde ich, jetzt muss ich natürlich gucken. Ich habe extra Sonderbonbons dafür gesammelt und habe Sonderbonbons in meinen Cognodon reingeprügelt, dass ich das entwickeln kann noch, dass ich ihm das rüber tauschen kann und alles nur für ein Shiny Taubsi. Was ich natürlich schon hatte und deswegen eigentlich relativ günstiger Tausch. Hat beides nämlich nur 800 Staub gekostet, da wir beide auch schon beste Freunde sind seit längerem Zeitraum. Dann hat der Bobwurst King ein bisschen gebrütet, hat ja ein 98%iges Vonera bekommen mit 14, 15, 15. Auch richtig gute Sache, ist ja auch noch nicht so lange her, dass das mit ins Spiel eingeführt wurde. Und ein 98%iges Anurid, was er aber wild gefangen hat, sieht man ja am Level, sonst wäre das ja Level 20, das nur Level 18, aber auch 98%. Dann ganz lustig, der Brian, über den haben wir uns lustig gemacht, wegen, der hat nämlich nicht nur Pokémon Go auf seinem Handy, der hat eine ganz spezielle Version, der hat die Shadow Edition, da sind alle Pokémon einfach nur als Schatten angezeigt. Ist natürlich Quatsch, denn der hat sich jetzt auch einen zweiten Account zugelegt oder so, einen kleinen gelben hat er gesagt. Und deswegen ist da noch alles als Schatten angezeigt. Da hat er noch nicht so viel gefangen, noch nicht so viel gemacht. Fanden wir aber lustig, haben wir gesagt. Der Brian, der hat einfach die Shadow Edition von Pokémon, deswegen ist da alles schwarz. Wenn wir doch Black Edition sagen können. Und Kenny hat wieder zugeschlagen, zeigt uns hier der Extreme, denn bei dem wurde wieder mal ein bisschen getauscht, Extreme und Kenny. Und beim Extreme, schon ganz Mode, werden die Pokémon immer Hunderter. Auch ohne Lucky werden die einfach Hunderter und kriegen gute IV, diesmal mit einem Vadribiel, was natürlich auch sehr selten ist. Wenn das ein Weibchen gewesen wäre, wäre es noch krasser, denn man findet ja so gut wie keine Weibchen mehr. Überall sitzen nur noch männliche rum, keine Weibchen mehr, die verstecken sich. Dann hatte ich natürlich meinen ersten besten Freund bekommen. Also, nicht meinen ersten besten Freund, mit meinem ersten besten Freund bin ich Glücksfreund geworden. Und zwar Iverscharf und Iversoft sind Glücksfreunde geworden. Da gab es auch dann den ersten Glückstausch. Da ich meine Shiny Lavados alle weggegeben hatte, auf dem großen Account, habe ich mir dann einfach nochmal einen Shiny Lavados rübergeschickt. Und das ist natürlich Lucky geworden. Garantiert, obwohl die ersten Trades, die man bei Lucky Friends gemacht hat, gar nicht garantiert waren, hatten die Leute natürlich Glück. Bei denen es so war, andere hatten Pech. Das war wieder mal ein Bug von Niantic, der mittlerweile aber behoben ist. Hat mir also das Lavados rübergegeben. Bisher der Beste, hat sich Brücke doch gelohnt, sagt die Terrorzicke. Die hat nämlich die Woche einen Raid mitgemacht gehabt, an der Brücke der Technik, an der X-Raid Arena und ein 93%iges Giratina bekommen. Und gleich danach den guten, habe ich ihn auch endlich. Noch ein Shiny Kramurx hinterher, auch mit richtig gutem Level, wie ihr seht. Dann haben wir, glaube ich, einen neuen Pokestop bekommen. Irgendwie weiß ich das gar nicht mehr, ob das von uns ist oder nicht von uns, aber müsste eigentlich von uns sein. Sonst wäre es jetzt wahrscheinlich hier nicht in diesen Screenshots. Brunnen am Elise Pambeheim. Weiß ich gerade überhaupt nicht, wo das ist, wo das sein soll, keine Ahnung. Ist aber, glaube ich, ein neuer Pokestop bei uns. Muss ich mal gucken. Habe ich auf jeden Fall noch nicht gedreht. Dann die Cindy, nennen wir sie mal, weil sie so heißt. Cool. Die hat nämlich einen Despotar gewollt damals und da habe ich einen Despotar rübergetauscht. Und sie hat das dann liebevoll Ivartha genannt, statt Despotar. Ivartha, wegen Ivar-Scharf, wegen dem Account-Namen. Und das fand ich auch cool. Ist zwar schon ein bisschen her, aber den Screen habe ich noch nicht gezeigt, hatte ich noch nicht gehabt. Hat sie mir noch geschickt jetzt, das Ivartha mit 2089. Dann bei einem Raid, ich glaube, das war auch an der Brücke. Ja, nee, doch. Ja, sieht man im Hintergrund. Das war auch die Brücke, da haben wir auch einen Raid gemacht. Da war der Kenny wieder dabei und der ist mit seinem kleinen Account aufgestiegen. Deswegen der Screen von ihm. Samin666 and you became lucky friends. Ist er also aufgestiegen mit seinem Kleid zu lucky friends. Sonst kann sie jetzt was Geniales rübertauschen. Bin ich mal gespannt, was das sein wird. Das sehen wir dann aber gleich auch noch. Den gab es auch aus der Brücke. Da habe ich nämlich noch einen 98er Giratina bekommen. Aber ich glaube nur auf dem 2. Account, auf dem Ivar-Mild, nicht auf dem Ivar-Scharf. Trotzdem gute Sache, denn ihr wisst ja, dass das ein richtig guter Geisterngreifer auch wird. Besser als Gänger noch mit 3677 auf Level 40 bei 98%. Einfach mal mitgenommen. Einen 96er gab es noch hinterher. Diesmal aber auf dem großen Account. Auch 15 Angriff, das ist mir immer wichtig. 3668 erreicht das, als ihr seht. Das sind gerade mal 9 WP-Unterschied. Bei 2% 9 WP. Das kann man ja eigentlich lassen. Also ab 96 mit 15 Angriff geht eigentlich alles. Und dann sehen wir auch garantiert das Glücks-Pokémon-Fest vom Kenny. Der hat dann nämlich seinen Spezialtausch gemacht mit Samin und hat sich da Kripuk getauscht. Denn ihr wisst, Kripuk hat jeder nur einmalig auf der Hand. Ist einfach ein Spezialtausch. Ist aus der Spezialforschung gekommen. Man hat nur einmal die Möglichkeit, das zu tauschen. Und andere haben das schon vorher getauscht. Hatten so ein Glück, wie die Linsierer damals hat das, glaube ich, getauscht. Mit ihrem kleinen Account. Und da ist das Lucky geworden. Wenn es nicht Lucky geworden wäre, hätte sie jetzt in die Röhre geschaut. Der Hong hat das auch mal getauscht mit einem Zuschauer. Haben sie extra was Altes da weggegeben. Da hat das auch funktioniert. Aber Kenny geht auf Nummer sicher. Nimmt seinen Spezialtausch dafür. Seinen garantierten Lucky-Tausch. Und es hat natürlich funktioniert. 13, 13, 13. Ja, sieht gut aus. Geht natürlich mehr. Über 90 wäre nämlich richtig brutal. Den haben wir auch noch vor uns. Wenn wir mal wieder einen Lucky-Friend bekommen. Wie kein ihm. Würde ich das auch noch tauschen. Das ist auch natürlich eins auf meiner Liste. Was unbedingt noch getradet werden muss. Mit einem Lucky-Tausch. Dann Beverager und du seid jetzt beste Freunde. Wir sind also auch aufgestiegen. Ich glaube, das war sogar am Community-Day. Wer mich nicht alles täuscht, oder? 15 Uhr. Ja, oder war das der Loturzel-Tag? Ne, nicht Loturzel. Doch, Loturzel war zuletzt. Müssen wir mal sehen, ob da noch ein paar andere kommen. Schnickschnack.de Ja, ich glaube, das war am Community-Day auf jeden Fall. Der Loturzel-Tag ist ja schon weiter zurück. Also mit Beverager aufgestiegen. Zu beste Freunde. Und Schnickschnack.de auch noch hinterher. Und ja, das war am Community-Day. Denn ihr seht es. Ich habe es in dem Best-of vom Community-Day schon gezeigt. Ich habe am Montag noch extra eine Folge darüber gemacht. Wie genial die garantierten Glücks-Pokémon sind. Und wie genial Glücks-Freunde sind. Denn Pupsi hat ihr höchstes Shiny-Kind-Wurm entwickelt. Ich habe meinen höchstes Shiny-Kind-Wurm entwickelt. Wir haben die beiden dann getauscht. Also die Shiny Bruderlander. Meins hat er den schlechtesten Satz. Und als ich ihr es bekommen habe, hat es plötzlich den besten Satz gehabt. Und drei Werder auf 15. 100%. Lucky, Shiny, Bruderlander. Mit Seeday-Attacke. Richtig genial auf jeden Fall. Das dritte Mal, dass es hier jetzt gezeigt wurde. Dann der Mörsel. Der hat ein 0% Shiny-Kind-Wurm bekommen. Und das ist ja auch richtig genial. Noch seltener natürlich als ein Hunderter. Und ja, das will man einfach mal so stehen lassen. 0 von 15. 0 Angriff, 0 Verteidigung, 0 Ausdauer. Das ist wirklich schreckliche IV. Das kann gar nichts. Aber richtig genial. Das würde ich natürlich gleich Nulli nennen. Oder wie auch immer. Aber gut, man kann nicht alles Nulli nennen. Deswegen eigentlich wurscht. 50 Kilometer für den Arsch. Danke Niantic. Hat sich der Brein mal wieder aufgeregt. Weil da gab es nämlich einen weiteren Bug auf der Seite von Niantic. Dass die Kilometer irgendwie resettet wurden. Wurden dann nicht gezählt. Da stand dann plötzlich Null da. Null Kilometer. Hat sich dann aber auch wieder aufgelöst. Also die Kilometer wurden wieder gut geschrieben. Die Anzeige wurde wieder aktualisiert. Dass eigentlich also alles wieder da hätte sein müssen. Genau 1000 WP. Auch von Brian. Das war sogar noch vor dem Oster-Event. Hat er ein Hasbi-Rohr gefunden. Hat er es gepostet. Weil es eben 1000 WP hatte. Sah gut aus. Ist immer schön, wenn man da eine glatte Zahl hat. Oder 1111 wäre auch richtig genial gewesen. Oder 999. Es gibt eigentlich so viel. 666. Natürlich immer beliebt. Oder der Buckwurst-King. Der würde natürlich nur WP88 sammeln. Und so hat halt jeder seine Vorlieben. Dann hat er C-Day auch angefangen. Beziehungsweise der hat ja schon die ganze Zeit angefangen. Aber das habe ich dann erst nach dem C-Day natürlich abgescreent. Der Joni hat nämlich gepostet. Nummer 1. Sein erstes Shiny-Kindwurm. Kurz nach Beginn des C-Days. Er hat dann auch Nummer 2 gepostet. Er hat auch Nummer 3 gepostet. Er hat sich richtig gefreut. Sieht immer noch cool aus. Wie ein kleines Yoshi. Von Yoshi und Mario. Mit einem Marshmallow auf dem Kopf. Auch der Brian. Einmal angeklickt. Das erste, was er genommen hat. Was er fangen wollte. War aber eben auch ein Shiny. Richtig gute Sache. 15.18 Uhr. Ach, ihr seht ja sogar. Und beim Joni 15.06 Uhr. Also kurz nach Beginn ging es richtig ab. Dann gab es mal wieder ein wildes Charnera. Irgendwo. An der Kirche irgendwo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall auch genial. Habe ich mir nicht geholt. Aber es saß. Da hat man mal gepostet. Für den Rest, der sich das holen wollte. Danke Steffen. Schreibt uns hier die Heike. Denn die hat. Entweder hat die getauscht. Oder. Das kam aus einem Logmodul. Ich glaube ich habe da irgendwo mal was gelesen. Dass aus einem Logmodul ein Hunderter kam. Und da war es nämlich gut. Die Leute, die in der Nähe waren. Dass sie sich das holen konnten. 100%iges Kindwurm auf Level 21. Auch richtig gute Sache. Dann hat ein Thema. Da geht es nämlich auch richtig rund. Der Brain. Hat uns das gezeigt. Der Herr Schlurig. Ihr kennt ihn ja noch aus dem Video. Der hat übrigens an dem Community Day dann insgesamt 13 Shinies bekommen. Ich wollte das ja eigentlich im Best-of noch dazu sagen am Ende. Habe das vergessen. Habe gedacht, ich sage es am Montag. Habe ich es natürlich vergessen. Und deswegen sage ich es jetzt. Der hat nämlich, als ich eins hatte, hat der schon 6 Stück gehabt. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, der räumt hier richtig ab. Im Endeffekt habe ich dann also 11 bekommen. Er hat 13 Stück bekommen. Auch richtig gute Sache. Bei denen geht es auch ordentlich ab. Gerade in Thema. Die bekommen nämlich auch laufend neue Stops hinzu. Dafür setzt er sich natürlich ein. Dann hat er jetzt Connections. Und da gab es nicht nur einen Stop dazu. Da gab es und noch einer. Einen zweiten noch dazu. Und hinterher noch Nummer 3. Schlossthema. Wunderbar. So ging es die ganze Woche noch weiter. Ich habe die aber alle dann natürlich nicht mehr mit reingenommen. Weil wir zeigen ja hier meistens aus Hibuhausen und nicht aus Thema. Aber wenn noch was Außergewöhnliches da passiert, zeige ich das natürlich auch. Aber von überall, die Stops überall her, das würde den Rahmen vielleicht ein bisschen sprengen. Dann nochmal vom Kenny. Wenigstens die C-Day Nachsorge hat sich gelohnt. Denn der hat auch ein bisschen getauscht. Hat dann noch ein 100%iges Kindwurm bekommen. Das kann er sich natürlich jetzt wieder aufheben. Denn vielleicht gibt es ja auch wieder so einen Best of C-Day wie im letzten Jahr. Wo alle Pokémon der vergangenen C-Days zusammen erscheinen. Über ein Wochenende lang. Und man da wieder die speziellen C-Day Attacken bekommt. Würde es sich auf jeden Fall lohnen, wenn er bis dahin wartet und es dann entwickelt. Wenn es nicht kommt, kann er es ja dann immer noch entwickeln. Einfach so. Verloren hat er auf jeden Fall nichts. Dann gab es bei uns aber auch wieder einen neuen Stop. Der Brian hat zumindest gedacht, dass der neu ist. Der Tobi hat gemeint, nö, ist er nicht. Aber ich habe den auch noch nicht gesehen gehabt. Vorher Geburtshaus, der Bildhauer, Edward und Gustav Müller. Für mich war der neu. Für den Brian war der neu. Deswegen habe ich den mal hier mit reingenommen. Dann bin ich mit Nebels aufgestiegen. Also mit Marco. Grüße gehen raus. Das haben wir neulich auch gemacht. Für den habe ich auch in letzter Zeit ein paar Raids mitgemacht. Weil der wieder auf Shiny Latios Suche ist. Habe ich also Glückseyei angemacht. Wir haben ein bisschen was getauscht. Wir sind beide aufgestiegen. Das seht ihr noch auf dem anderen Handy, wie das aussah. I was scharf und du seid jetzt beste Freunde. Bei mir natürlich Nebels und du. Seid jetzt beste Freunde. Und dann habe ich ihm natürlich ein Shiny Gekka-Boar rübergetauscht. Weil der damals keins bekommen hatte. Und habe dafür ein Shiny Sonnenkern bekommen. Auch richtig coole Aktion. Danke dafür nochmal. Das habe ich ihm natürlich versprochen. Er kann, weil jetzt ist es ja eh eingetragen bei ihm. Das war natürlich ein 40.000. Sternenstaub-Tausch. Aber weil ich ja eh noch ein paar übrig habe. Und er eben nur ein einziges hatte. Gebe ich ihm einfach die zwei anderen noch kostenlos hinterher. Beziehungsweise halt für 800. Und Kindwurm hat er ja auch nur eins bekommen. Hat er es durchentwickelt. Hat er es eingetragen. Da werde ich ihm auch noch zwei Kindwurm abgeben. So ist es natürlich cool, wenn man sich da immer austauschen kann. Und ja, so muss das sein, sage ich mal. Und er wurde sogar auch nochmal belohnt. Gerade Meltan-Quest abgegeben. Er hat nämlich endlich seine Meltan-Quest gelöst. Er hat jetzt 100 Jahre dafür gebraucht. Hat sich aber gelohnt. Denn er hat aus der Quest einfach mal ein 100% Meltan bekommen. Mit 15, 15, 15. Ihr seht es hier. Auf Level 15. Perfekte EV. 100%. Auch richtig gute Sache. Und so selten sind die wahrscheinlich gar nicht. Ich hatte ja auch plötzlich ein 100er im Beutel. Da wusste gar nicht, wo das herkam. Er hat direkt aus der Quest bekommen. Ist natürlich ganz was Besonderes. Dann der Franz. Also der Bogetechno. 45 B. B steht für Blau. Weil ich mir meistens die Teams dahinter gespeichert habe. Hat aus seinem Feldforschungsdurchbruch jetzt ein Ho-Oh bekommen. Und nicht nur ein Ho-Oh, sondern ein Shiny Ho-Oh. Wie man hier sieht. Nice. Hat er sich gefreut. Habe ich gesagt. Hast du gar nicht verdient. Aber nee, hat er natürlich. Cooler Dude auf jeden Fall. Ein cooles Ho-Oh dazu. Und auch Grüße gehen raus an der Stelle. Mal gucken, was demnächst noch passiert. Die müssten ja bald auch mal wieder wechseln. Die Feldforschungen. Also die Feldforschungsdurchbrüche. Wir sind gespannt, was dann reinkommt. Ich selber habe dann auch ein bisschen noch gebrütet. Da habe ich noch ein 96er Pichu bekommen. Leider kein Shiny. Jetzt beim Oster-Event kommen die natürlich auch aus zweier Eiern. Als Shiny und eben als nicht Shiny. Weil man muss ja viel brüten, damit man auch möglichst viel Brutmaschinen wieder kaufen muss. Man muss ja das alles irgendwie ankurbeln. Na, der hat sich doch mal gelohnt. Auch eine richtig gute Sache. Denn der Horstie hat ja noch ein... Jetzt habe ich wieder Horstie gesagt. Soll ich doch nicht mal sagen. Der Kenny auf jeden Fall. Hat ja wieder ein Farb-Igel mit 0% bekommen. Richtig genial. Die 3 für Level 3 natürlich. 0, 0, 0. Auch richtige Seltenheit. Immer noch genialer, krasser als ein 100er. Obwohl bei dem kann man das ja auch nicht groß beeinflussen. Den kriegt man ja nur aus der Fotosation. Und da ist eigentlich ein 100er und ein 0er dann genauso... Ne, ist nicht. Weil... Das 100er könnte die ja trotzdem ertauschen. Das könnte auch durch einen Lucky Trade oder durch einen Normal Trade zu 100 werden. Aber nicht zu einem 0er. Deswegen müsste er das theoretisch genauso rausgezogen haben und gefangen haben. Dann haben wir wieder einen weiteren Stop bekommen. Die hier schräg gegenüber vom Haus. Neben McDonough. Nämlich irgendein Palast. Ja, Palast für der Herzogin Paul oder Palais. Oder wie auch immer. Dieses Haus hatte die Prinzessin Paul von Württemberg. Eine Tochter, Herzog, Fried und dann der Rest. Ist egal. Der steht nämlich nicht mehr da. Also auch wieder neuer Pokestop an der Stelle. Das braucht man bestimmt für morgen. Dann habe ich das Original Raid Spray entdeckt. Was euch helfen soll, die Shiny-Rade der Raids zu erhöhen. Dass wenn ihr den Raid macht, müsst ihr vorher natürlich die Umgebung einsprühen. Und die Arena einsprühen. Am besten, wenn der Arena leider kommt. Denn auch noch das Spray in die Augen sprühen. Damit er nichts mehr sieht. Leichter zu besiegen geht. Und dann klaut ihr alle seine Pokémon. Also das hätte es früher nicht gegeben. Aber ist natürlich nur Quatsch. Denn der Kenny hat bei mir auch wieder ein bisschen getauscht. Ist immer gut, wenn man seinen Account weggebt. Und dann kommt er wieder. Und dann hat man sowas drauf. Und dann gab es auch noch einen Lucky Kindwurm. Was sogar 100% bekommen hat. Also richtig geniale Sache. Jetzt habe ich also das 100er Kindwurm entwickelt. Was ich damals aus dem Ei bekommen habe. Habe das hochgezogen. Habe das Shiny Lucky Bruderlander entwickelt. Also nicht entwickelt. Einfach nur hochgezogen. Mit 100%. Und jetzt habe ich noch ein 100%iges Kindwurm. Was ich zum Bruderlander machen kann. Und günstig hochziehen könnte. Aber das gleiche wie bei ihm vorhin mit seinem 100er. Würde ich natürlich warten. Ob es wieder so einen Best of Sea Day gibt. Dass man das mit reinnehmen kann. Und dann dort für die Attacke natürlich. Denn mit Drago Meteor wäre das ein bisschen verschwendet. Also nehmen wir das natürlich mit Wutanfall. Wenn es das wieder gibt. Weiß man ja jetzt noch nicht. Dann habe ich gesehen. Es gibt ja nicht nur Raid Spree. Ich dachte das ist einfach allgemeines Raid Spree. Aber wie ihr seht gibt es also extra Raid Spree für Team Rot. Und es gibt Raid Spree für Team Blau. Und was gibt es nicht? Genau die Minderheit. Die Außenseiter. Es gibt kein Raid Spree für Team Gelb. Deshalb bin ich Gelb. Weil wir machen unsere Raids ohne. Wir brauchen noch keine Hilfsmittel. Richtig genial. Die haben halt immer die Arschkarte die Gelben. Deswegen bin ich so gerne Gelb. Dann der Nebels. Wir sagen es nochmal. Bei Marco habe ich ja noch ein paar Raids mitgemacht. Denn wir haben jetzt gestern eine kleine Raid Tour gemacht. Da kam ja das Video gestern hoch. Da habe ich fünf Stück gezeigt. Drei haben wir dann nachmittags noch gemacht. Mit den anderen. Mit Fahrlauf und Max waren da dabei. Und da haben wir auch der Brian natürlich auch. Da haben wir noch drei Stück gemacht. Aber zwischendrin habe ich dann irgendwo mal ein 98%iges für Marco gefangen. Da hat er sich natürlich auch gefreut. Auch wenn es leider nur 14 Angriff hat. Was hier natürlich anders aussieht. Ihr seht nämlich die WP. Das hat 2171. Sieht man hier unten. Und das hat 2173. Auch ein 98er. Eben mit 15 Angriff. Und dazu natürlich noch Shiny. Und das war für meine Cousine. Die hat nämlich Geburtstag. Am Samstag hat sich ja gewünscht gehabt, dass ich einen Giratina für sie fange. Und einen Latios. Weil die hat die beiden noch nicht. Habe ich also, als ich die Raids mitgemacht habe, ihr einfach einen Giratina gefangen. Und beim ersten Latios Raid, den ich bei ihr gemacht habe, ein 98er Shiny Latios. Da freut sie sich sicherlich. Da braucht sie nichts anderes mehr. So muss das sein. Das sind doch einfache Geburtstage. Einfache Wünsche. Als wir die Raidtour gemacht haben, ist dem Kenny aber auch aufgefallen, dass wieder dieser Bug im Spiel ist, der das falsch anzeigt. Juhu! Gleich mal 200 Bonbons abgestaubt. Ich feiere Niantic so sehr. Da gab es nämlich bei jedem Raid diese Anzeige. 1200 Staub und 200 Bonbons. Was totaler Schwachsinn ist. Die gab es natürlich nicht. Aber es stand jedes Mal so da. Was auch zur Verwirrung führen kann. Und ich habe mich immer gewundert, wieso mein Beutel permanent voll ist. Bis ich gesehen habe, dass ich mittlerweile schon 28 Sonnensteine hatte, hatte 24 Kingsteine, 31 Metall, Mäntel, 19 Drachen, Häuter. Also was will man damit? Eigentlich reicht es, wenn man 5 Stück von jedem aufhebt. Aber eigentlich kann man auch alle weghauen. Man hat ja alles Gute schon entwickelt und man kriegt die ja eh immerzu wieder. Wie ihr seht, bei den Sinusteinen natürlich anders. Die sind immer noch Mangelware. Vor allem wenn man keinem PvP mehr spielt, so wie ich, dann tut sich da sowieso nichts. Dann der Abschluss für jetzt von diesen. Denn gestern Abend ging also dann das Osterevent los mit Haspiror, Shiny Haspiror. Mittlerweile weiß man auch, dass es Fluveluff aus den 2km Eiern als Shiny gibt. Und der After Hour war der erste, der gestern Abend geschrieben hat. Und ihr so und hat 3 Viertel 11 das erste Shiny Haspiror bekommen, von dem ich jetzt weiß. Glückwunsch natürlich dazu. Jetzt wissen wir nochmal, wie es aussieht. Hat auch so ein bisschen Marshmallow da an den Ohren und um den Bauch rum geschlupst. Und ja, 4,44 Kilogramm. Das Event läuft ja jetzt noch ein bisschen. Wird natürlich schwer, über Ostern da effektiv zu spielen. Da ist man da eingeladen. Da wird in der Familie da gegessen. Dann ist dann noch Ausflug. Da ist noch Grillen angesagt. Der Isbo ist auch da. Und der will ja immer zu Hause sitzen und Wrestling gucken und Bier trinken. Und ja, mal gucken, wie wir das machen. Ob wir das hinkriegen. Wir müssen trotzdem ein bisschen raus zum Raiden. Und jetzt zeigt man natürlich noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche, wie kann das anders sein? Der kommt natürlich von mir. Das ist immer noch das hundertprozentige Lucky Shiny Brutalander. Denn da hat ein Kommentar, der Tatoca, heißt er glaube ich? Tatoca? Ja, Tatoca müsste er glaube ich heißen. Hat bei YouTube einen Kommentar abgegeben. Wenn das mal nicht selber Schocker der Woche wird, Ramses, dann weiß ich auch nicht. Wollte dann eine Wette mit mir abschließen, weil ich gesagt habe, es würde mich natürlich sehr ehren, wenn ich in meiner eigenen Sendung selber mal Schocker der Woche werden könnte. Hat er gesagt, er wettet mit mir. Wenn ich Schocker der Woche werde, dann postet er seinen Kommentar. drunter und ich muss ihn adden. Dann habe ich gesagt, okay, und wenn ich es nicht werde, dann poste ich meinen Freundescode dahin und er muss mich adden. Also eigentlich eine Win-Win-Situation, Mann, Junge. Aber den Gefallen wollte ich ihm nicht tun, dass er gewinnt. Ich wollte natürlich gewinnen und deswegen bin ich nicht Schocker der Woche, denn das ist schon ausgelutscht. Der Drops ist gelutscht, das haben wir jetzt schon gesehen beim Best-Off. Das haben wir gesehen am... Montag. Das haben wir vorhin gesehen, das haben wir jetzt gesehen. Und deshalb, der Schocker der Woche ist... Bäm! Der Linke Networks, denn... Der hat hier ein hundertprozentiges Shiny Latios bekommen mit 21,78, richtig krass. Ihr seht, das kommt auf 3.812, also das würde ich natürlich sofort maxen. Ist zwar nicht auf seinem großen Account, sondern nur auf dem kleinen Account, auf dem Bummels-Account. Auch ein lustiger Name natürlich. Und das war ergeblich das Erste, was er gemacht hat, den ersten Latios-Rate, den er mit dem Bummels gemacht hat. Und gleich ein hundertprozentiges Shiny Latios, jetzt frisch, wo es reingekommen ist, in die Rates. Andere haben noch gar keins und er reißt hier die Hütte ab, beziehungsweise der kleine Account übernimmt. Man kann schon gar nicht mehr sagen, dass das der kleine Account ist, weil die Kleinen manchmal wirklich so viel Lack haben. Die übernehmen einfach die Oberhand, die werden langsam groß und erwachsen und dann sind das die großen Accounts. Ne, das fand ich richtig genial, deswegen nicht wundern, wenn das vorher nicht gezeigt war. Habe ich jetzt mit reingenommen. Das ist also der Schocker der Woche, hundertprozent Shiny Latios. Damit also nicht ich, das heißt, der Kollege kann mir nicht seinen Code geben und ich werde ihn nicht etten, sondern ich, weil ich verloren habe, ich habe ja gewonnen, weil ich bin sie nicht gewonnen. Das klingt ein bisschen komisch, vor allem wenn man das nicht im Kopf hat, was er da unten hingeschrieben hat. So muss ich auf jeden Fall meinen Code ihm geben und er muss mich etten und da passt das ja auch. Egal, Hauptsache alle sind befreundet am Ende und das war es auch wieder von dieser Woche. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.